Hallo und herzlich willkommen zu euch im Folge Grave Yard Keeper. So, ich mache heute was denn weiter, haben wir ein paar Tage nicht gespielt, eine halbe Woche ungefähr, daher muss ich jetzt ein bisschen wieder schauen, bis es das ganze geht. E, 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 Moment mal, ich weiß nicht, wie es geht, ich ein E, 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 E Ach, schau mal, es war ein Bug. Wo da unten angeht, wo es hier oben war. Okay, war lustig. Gut, ich habe keine Ahnung, wo wir waren. Ich weiß, hier haben wir ein paar Eisenblöcke, die zu... ja, ready sind, würde ich mal sagen. Soll es mich ein bisschen näher nehmen, bin ich nicht ganz sicher. Ich möchte auf jeden Fall, dass ihr Nebengeräusche habt. Ich habe nämlich beim einen, das bei Verraft, habe ich das neben Nebengeräusche. Und ich bin nicht ganz sicher, warum das genau ist. Warum genau, dass man so hört, wie man es hört. So, okay. Wir waren immer von Bauern. Ich wollte die Brücke reparieren, ne? Das war es doch. Dann schauen wir mal kurz, was wir für die Brücke nochmal brauchen. Wahrscheinlich ist schon wieder eine Leiche ready, die man abholen könnte. Ne, doch nicht. Ach, die Brücke haben wir gebaut. Oh, stimmt, da war ja was. Äh, manchmal irgendwann da... Äh, uns wird da was voll, okay. Okay. Jetzt erstmal ein bisschen Eisenrohung kurz. Hier gibt es auch viele Bäume auch. Für Bauholz. Für Steine. Hier kann man angeln. Das ist so ein Ding mit dem Angeln. Da bin ich auch wirklich, ähm, schlüssig geworden. Wir müssen ja so Glühwürmchen oder etwas bringen demjenigen, damit er uns, ähm, die Angelnroute gibt. Ich glaube aber, wir brauchen dafür noch etwas, dass wir diese Glühwürmchen fangen können, also diese Käfer. Ja. Ihnen etwas fehlt uns wahrscheinlich noch. Gehe ich mal schwer davon aus. Vielleicht habe ich keine hier. So. Gut. Gut. Schauen. Hier. Im Keller unten. Hier könnten wir was machen, eventuell. Wir brauchen noch einen Holzbalken. Den sollten wir eigentlich jetzt herstellen können, vermute ich. Ähm. Fertigen. Hier nicht. Äh. Hier auch nicht. Was? Holzblanken oder Holzbalken? Sie möchten Holzbalken? Moment. Äh. Äh. Holzbalken. Das Holzbalken. Okay, ich glaube wir müssen als nächstes die ganzen Grabsteine erneuern. Ich glaube da hilft nichts. Stein. Nein. Äh. Ähm. Was ist das hier Leben? Ich bin ja, wie sich immer Leben herstellt. Okay. Wir müssen mehr Steine sammeln. So, das ist mal klar. Und ich glaube ich werde jetzt mal kurz ein paar Knochen ablegen, so. Krottensamen. Ja, wir können das Zeug nicht alles eigentlich ablegen. Das Essen lege ich mal ab. Wir gehen besser dann schlafen dann. Also wir machen Steine. Ich denke das ist das nächste Ziel, dass wir jetzt mit dem Eisen, sprechen die Grabsteine zu Ende bauen. Ja. Damit wir den Ruf, also die Bewertung des Friedhofes hoch kriegen. Das ist ein Stein. Ne. Und. Okay. Spielzeug ist aber anders. Wir müssen hier reparieren gehen. Wettstein habe ich jetzt glaube ich da drin. Äh. Ja. So. Okay. Wow. Wie viel Energie das braucht. Unglaublich. Geh kurz schlafen. Haben Sie gesehen wie die Energie runter geraten? Das ist ja krass. So. Ist der gleiche Tag. Äh. Ja. Ich habe sie nicht wieder. So. Ah ne. Warte. Ich habe sie jedes Mal einen einzelnen Slot. ja es scheint so ok dann geben besser auch schon zu geben der ofen läuft auch nicht mehr das müssen nachher auch chance da wieder eisen durchläuft leichen zurzeit keine gebracht wurden ok das ist ja auch ein charme vielleicht wenn da nichts steht anscheinend kann ich auch grafsteine auch zerstören man kann das schon reparieren holzwerberwerkzeug mal wir könnten holz gleich aber im fällen hier die kann man nicht die sind bisschen morsch irgendwie so ähnlich ich kann nichts machen den werde ich kurz da gilt von aus dass wir gleich holz brauchen ja wir haben immer zu tun und es wird nicht langweilig so also gut schauen ich kann das konto herstellen äh nägel war mir wobei nägel ist hier oder nägel da war ja noch was ja da war ja noch was ähm puh wir sind wirklich fast voll so krass jetzt steine mal rein ok wir brauchen Brennstoff wenn holz 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 ähm ok wir sind jetzt knapp so klein wie Moment mal was im wir sind hier das wird ist hier hier auf das hier 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 Oh, ich habe genug Energie. Okay. Irgendwann werden wir genug Essen haben, um uns dann wirklich hoch zu füttern. Also wirklich gekochtes Essen, also wirklich was bringt. Bis dahin müssen wir regelmäßig schlafen gehen. So, okay. Hier haben wir keine Angst vor Geistern, so. Ah, ich bin noch ein bisschen vor Arbeit. Da war ja was. Das werde ich wahrscheinlich wieder nicht schaffen mit uns Energie. Besseres Werkzeug war natürlich auch noch besser. Dann bräuchte ich mit wenig Energie. Ja, ich habe keinen Platz, um alles zu tragen. Ich habe gar nicht keinen Platz, um etwas zu tragen. Scheiße. Warte, wie viel habe ich hier noch? Ja, konnte ich es tragen, weil ich alles reingepackt habe zum Verarbeiten. Okay, dann füllen wir jetzt mal diesen Ofen da unten. So. So. Äh. So, kann der neue Bar nochmal brennen. Ich dachte schon, dass wir von vorher so hell, aber so sonst hell geworden. So. Okay. Also wir waren dann die Grabstelle. Die Salvatursätze wollten wir bauen. Ähm. Gloria. Wir bräuchten noch zwei Balken. So. Ach, falsch, hier. Ja, natürlich ist egal vorbei. Das war's. Wenn wir jetzt schlafen, läuft dann eigentlich die Schmiede in der Zeit noch? Und, ja, verbessert unsere Sachen? Dann habe ich eine interessante Frage. So. Sehr gut. Ja. Könnte sein, ja. Ähm. Okay, unsere Inventation ist voll. Scheiße. Kann ich eine Kiste bauen? Wo man... Mauch ist. Eine Kiste. Uns fehlen Nägel. Uns fehlen Nägel. Ähm. Okay. Die kann ich übrigens nicht tragen. So. Äh. Äh. Auf. Schon lustig, dass ich jetzt alles tragen kann so plötzlich. Okay, warte mal. Ja. Der ist gut. Der ist gut. Und der? Kreuz. Der kann man verbessern. So. Der ist auch gut. Man sieht das nicht so schlecht, ne? Ja. Ja. Das war ein Steinreperturset. Gut. Äh. Kann ich mal... Das... Das Reperturset hier... Da rein werfen. Ja. Wahrscheinlich auch. Dann brauche ich das hier. Gut. Dann brauche ich das hier. Okay. Ein paar Steinrepertursachen jetzt noch. Sowie... 1, 2, 3, 4, 5 Steinumrahmungen. So. Ich hab hier einen Stein mitnehmen. Schauen wir natürlich nicht, ne? Ein bisschen Stein Sachen bauen möchten. Könnten wir ein bisschen Stein mitnehmen. Wenn wir da so einen Weg ausfinden. Hier unten hat es ein großer Stein. Ein... Ein großer Stein, so. Einzisch wird unser Edelstein für später knapp. Der wechseln ich nach. So. Also. Ähm. Lehm. Wie komm ich zu Lehm? Ähm. Ich glaube, ich frage mal kurz nebenbei die Wiki. Wie man dazu kommt. Vielleicht weiß ich noch mehr. Also. Grave. Ja. Keeper. Lehm. So. Jetzt ist die Frage. Wo kriege ich Lehm her? Also. Ähm. Okay. Okay. Ähm. Jetzt ist die Frage jetzt. Hm. Indie ist. Indie hat sowas gesehen. Ein bisschen falsch. Wie komm ich zu Lehm? Okay. Bei Steam wurde das auch schon gefragt. Ach was. Das geht mit dem. Mit dem Kompost. Wo war der Kompost schon wieder? Blaupausen. Kompost. Also habe ich den schon nicht freigeschaltet. Kurz schauen. Sehen wir gehen. Ähm. Den müssen wir nicht freigeschaltet haben. Ich weiß. Kompost hat mir mal gehabt irgendwo. Oder war es hier unten bei dem. Bei dem. Beim Garten. Komposthaufen. Komposthaufen. So. Schaufeln wir mal kurz. Ja. Das war es nochmal mit der heutigen Folge vom Graveyard Keeper. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Und vielleicht sogar ein Abo, wenn es noch nicht passiert. Schaut noch gerne in die anderen Videos rein. Die hier verlinkt sind. Oder in ein anderes. Und dann sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge wieder. Bis dann. Und Bye Bye.